Dans le cadre des Chirantes des Funeraiers de S.A.M.I.L.E.R.A.M.I., une lettre fut remise, m'éticule eusemang redigé par l'amie des S.A.M.I.S.T.I.D. En lisant chaque moté de la lettre, le récit d'évoilé une histoire chocante. Au déla de l'amitié, quels autres liens profonde ment tisses unes sein, c'est fémis? Quels chémien la fille de Charlotte empruntereit elle? In einem kleinen Raum herrschte eine Atmosphäre der Stille und Trauer, nur gelegentlich unterbrochen vom sanften Wispern des Windes, der durch die offenen Fenster hereinwehte. Der Duft von Kerzen und Blumen erfüllte den Raum und schuf eine Atmosphäre des Respekts und der Trauer. Ein dunkler Holzsarg ruhte in der Mitte des Raumes, geschmückt mit einem Arrangement aus Lilien und weißen Rosen. Auf der vorderen Bank saß alleine Charlotte, eine Frau mit braunen Haaren, die nun etwas zerzaust waren, und roten, geschwollenen Augen vor lauter Weinen. Sie hielt ein Taschentuch in einer Hand und ein kleines Porträt ihrer besten Freundin Emma in der anderen. Ihr Gesicht spiegelte tiefe Trauer wieder, eine Mischung aus Schmerz und Sehnsucht. Während die Menschen sich dem Sarg näherten, um ihren letzten Abschied zu nehmen, ging Charlotte zögernd auf den Sarg zu, mit einem Ausdruck von Qual und Sehnsucht. Mit zitternden Händen streichelte sie das Blumenarrangement, als ob sie die Anwesenheit von Emma zwischen den Blüten und dem Duft spüren könnte. In diesem Moment rief eine Stimme nach Charlotte. Es war Emmas Mutter, Charlotte, es tut mir leid. Meine Tochter bat mich, dir das zu geben. Mit einer freundlichen Geste überreichte Emmas Mutter einen Brief, auf dem Charlottes Name von Hand geschrieben stand. In diesem Augenblick überkam Charlotte ein Gefühl der Schwere im Herzen und die Angst davor, in der Öffentlichkeit zu weinen, veranlasste sie dazu, den Brief auf später zu verschieben. Emma und Charlotte hatten sich während ihres Studiums kennengelernt, ihre Wege hatten sich auf dem Campus gekreuzt, den sie gemeinsam teilten. Trotz ihrer bemerkenswerten Unterschiede entdeckten die beiden eine unerklärliche Verbindung, die sie tief miteinander verbannt. Mit nur einem geringen Altersunterschied zeigte Emma eine strengere und fokussiertere Persönlichkeit, und sie war in allem, was sie tat, bemerkenswert verantwortungsbewusst. Charlotte hingegen war etwas jünger und zeigte gelegentlich rebellische Denkweisen. Es war, als ob ihre Seelen sich ergänzten und die Lücken der jeweils anderen füllten. Diese Verbindung wurde zum Gleichgewichtspunkt in ihren Leben und ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ihre Freundschaft blühte auf, und im Laufe der Zeit teilten sie die Herausforderungen des Lebens miteinander. Im Laufe der Jahre hat sich diese Freundschaft durch viele geteilte Momente gestärkt. Von ungewöhnlichen Abenteuern bis hin zu tiefen Gesprächen in den frühen Morgenstunden haben Emma und Charlotte Erinnerungen geschaffen, die für immer in ihren Herzen bleiben würden. Nach dem Ende ihrer College-Jahre begann ein neues Kapitel im Leben von Charlotte und Emma, voller Herausforderungen und Möglichkeiten. Aufgrund ihrer gemeinsamen Eigenschaften beschlossen sie, ihre Kräfte und Talente zu bündeln und gemeinsam ein gewagtes Fotoprojekt zu starten. Der Traum, den sie einst teilten, nahm nun in einem konkreten Geschäft Gestalt an. Emma, immer mit bemerkenswerter Disziplin und organisatorischen Fähigkeiten ausgestattet, brachte eine solide Struktur in das Unternehmen ein. Jedes Detail wurde sorgfältig geplant, von den betrieblichen Abläufen bis zur Terminplanung für Fotoshootings. Ihre pragmatische und fokussierte Vision gewährleistet, dass das Unternehmen eine solide Grundlage hat und keine Rückschläge auf dem Weg zum Erfolg erleidet. Auf der anderen Seite der Partnerschaft brachte Charlotte eine entscheidende Prise Kreativität und Wagemut ein. Ihre Augen sahen die Fotografie als eine leere Leinwand, bereit für fesselnde und emotionale Bilder. Ihre Leidenschaft für die Kunst war in jedem Klick und jeder Komposition sichtbar. Unter ihrer Anleitung wurden Fotos lebendig und erzählten Geschichten, die über Worte hinaus gingen. Die Synergie zwischen Emma und Charlotte erwies sich als perfekte Kombination. Ihre Fähigkeiten ergänzten sich auf natürliche Weise und schufen ein Gleichgewicht, das alles reibungslos laufen ließ. An einem Tag, an dem sie einen bezaubernden orangefarbenen Sonnenuntergang genossen, beschlossen sie, ein Fotoshooting für ihr Unternehmensportfolio durchzuführen. Die Bilder fingen die Schönheit dieses magischen Moments ein, als die Sonne am Horizont versank und den Himmel in lebendigen Farben malte. Diese Fotos wurden zu einem greifbaren Beweis ihrer gemeinsamen Reise und ihrer verwirklichten Träume, die wie ein Schatz gehütet wurden. Doch das Schicksal hatte ein unerwartetes Kapitel im Leben von Emma vorbereitet, und beide hatten keine Ahnung, dass sie eines Tages verschiedene Wege gehen würden. Plötzlich traf Emma eine schwierige Entscheidung, zu gehen. Sie teilte Charlotte mit ernstem Gesichtsausdruck von einer nicht ablehnbaren Möglichkeit für ein Auslandsstudium mit. Sie bat Charlotte darum, sich weiterhin auf ihre Studien zu konzentrieren, damit sie gemeinsam das Unternehmen noch weiter voranbringen könnten. Allerdings, hinter dieser scheinbar einfachen Erklärung verbarg sich ein quälendes Geheimnis, Emma kämpfte gegen einen unheilbaren Krebs, ein schmerzhaftes Urteil, das ihre Kraft zerrte. Trotz ihrer eigenen Kämpfe und Leiden entschied sich Emma, die Wahrheit zu verbergen, um Charlotte zu schützen, die sie als ihre Seelenverwandte betrachtete. Sie glaubte, dass es die beste Möglichkeit war, ihre Freundin vor Schmerz zu bewahren. Mit einem gezwungenen Lächeln und Augen voller Besorgnis verabschiedete sich Emma und hinterließ Charlotte mit einer Mischung aus Verwirrung und Sehnsucht. Die nächsten Monate waren voller Herausforderungen und Kämpfe für Emma. Sie erlebte die Höhen und Tiefen der Behandlung und suchte nach Heilung mit Mut und Reife. Während die Krankheit fortschritt, klammerte sie sich an jeden verbleibenden Hoffnungsschimmer. Dennoch reichte Emmas Beharrlichkeit nicht aus, um das Unvermeidliche zu verhindern. An einem grauen und melancholischen Tag, in ihren letzten Momenten, als das Leben ihr aus den Händen zu gleiten schien, geschah etwas Erstaunliches. Während Emma Fotos mit ihrer geliebten Freundin betrachtete, wurde ihre Mutter, die neben ihr saß, von etwas überrascht, was sie sah. Ihre Aufmerksamkeit wurde sofort von dem unverkennbaren Muttermal im Gesicht von Charlotte gefangen. Neugierig fragte die Mutter nach dem Alter und dem Namen der Freundin auf dem Foto. Schnell erkannte sie, wer das junge Mädchen war. Mit einer Mischung aus Überraschung und Erkenntnis enthüllte Emmas Mutter etwas über Charlottes Vergangenheit. Emma konnte nicht glauben, was sie hörte, sie war zutiefst schockiert und erschüttert. Ohne die nötige Stärke konnte Emma sich nicht dazu durchringen, Charlotte telefonisch von dieser unerwarteten Entdeckung zu informieren, noch nicht einmal von ihrem Abschied. Daher entschied sie sich, diesen Brief an ihre Schwester zu schreiben. Mit zutiefst bewegenden Worten und Tränen in den Augen drückte Emma ihre aufrichtigen Wünsche für Charlottes Leben aus und enthüllte schließlich die Wahrheit, die diese besondere Freundschaft durchzog. Der Brief wurde Charlotte nach der Beerdigungszeremonie überreicht, genau wie Emma es geplant hatte. Einige Stunden nach der Beerdigung, in ihrem Zuhause, fasste Charlotte den Mut, den Brief zu öffnen. Mit Tränen in den Augen begann Charlotte, die bewegenden Worte in dem Brief zu lesen und konnte ihre Emotionen nicht zurückhalten. Liebe Charlotte, wenn du dies liest, bedeutet das, dass ich diese Welt bereits verlassen habe. Ich möchte, dass du weißt, dass unsere Freundschaft das Licht meines Lebens war, die Kraft, die mich in den schwersten Momenten getragen hat. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein Teil meines Lebens warst. Jedes Lachen, jede Träne, jeder Moment, den wir gemeinsam erlebt haben, hat einen unauslöschlichen Eindruck in meiner Seele hinterlassen. Dich als Freundin zu haben, war ein unbezahlbares Geschenk. Leider hat mir der Mut gefehlt, dir von meiner Krankheit zu erzählen. Es war vielleicht eine egoistische Entscheidung, aber ich glaubte, dich vor dem Leiden zu bewahren, wäre es wert. Dich beunruhigt und besorgt zu sehen, wäre ein größeres Leid gewesen, als dieses Geheimnis stillzutragen. Es gibt etwas, das ich mit dir teilen möchte, Charlotte. Wir sind mehr als nur Freunde. Das Schicksal verbindet uns auf eine noch tiefere Weise. Wir teilen dasselbe Blut, wir sind Halbgeschwister, von Familienbanden genährt, die über die Freundschaft hinausgehen. Diese Entdeckung füllt mein Herz mit Dankbarkeit, dass ich einen Großteil meines Lebens an der Seite meiner kleinen Schwester verbringen dürfte. Und jetzt möchte ich einen Teil von mir bei dir hinterlassen. Ich habe meinen Anteil an der Firma und all die Investitionen, die ich im Laufe der Jahre gemacht habe, in deinem Namen hinterlassen. Genieße es in vollen Zügen. Ich möchte, dass du glücklich und erfüllt bist und dass du weiterhin das aufbaust, was wir zusammen geschaffen haben. Meine liebe Charlotte, während ich mich von dieser Welt verabschiede, wünsche ich dir ein Leben voller Glück, Liebe und Freude. Möge jeder Tag, den du lebst, voller Bedeutung sein, und jeder Herausforderung, der du begegnest, eine Gelegenheit zum Wachsen bieten. Du verdienst alles Schöne und Positive in dieser Welt, und mein Wunsch ist es, dass du alles erreichst, was du dir vornimmst. Leb wohl, meine Schwester. Wisse, dass ich, auch wenn ich abwesend bin, immer in deiner Nähe sein werde und bei jedem Schritt auf deinem Weg für dich da bin. Mit all meiner Liebe. Emma Charlotte war Emmas Halbschwester. Emmas Mutter hatte ihr kurz vor ihrem Tod offenbart, dass Charlotte das unglückliche Ergebnis einer außerehelichen Affäre ihres Vaters war. Aufgrund seines politischen Ansehens hatte er den Skandal vertuscht und jegliche Verbindung zu dem Kind geleugnet. Er hatte sowohl Charlottes Mutter als auch seine eigene Frau bedroht, um ihr Schweigen zu erzwingen. Als Charlotte zur Welt kam, ließ Emmas Mutter trotz ihrer Wut über die Untreue ihres Mannes nicht zu, dass dieser Groll ihre Mitgefühlsfähigkeit für die Geliebte ihres Mannes trübte. Getrieben von aufrichtiger Mitgefühlsbereitschaft bot sie Charlottes Mutter heimlich Hilfe an, einer damals hilflosen Frau. Dieser Akt brachte ihre Erinnerungen an ein markantes Geburtsmerkmal von Charlotte zurück. Nachdem Charlotte den Brief gelesen hatte, überwältigte sie eine Mischung aus Trauer und Schock, aber sie empfand auch Dankbarkeit, dass diese Begegnung ihr die wertvolle Gelegenheit gegeben hatte, kostbare Momente mit ihrer bisher unbekannten Halbschwester zu teilen, bevor diese ging. Nach den Wendungen und Entdeckungen, die ihr Leben auf den Kopf gestellt haben, durchlebte Charlotte eine Zeit der Trauer und tiefen Reflexion. Ein von ihrer besten Freundin Emma hinterlassener Brief, der eine schockierende Wahrheit über ihre Krankheit und die Verlassenheit ihres Vaters in ihrer Kindheit offenbarte, hinterließ tiefe emotionale Spuren bei Charlotte. Dennoch entschied sie sich, trotz ihrer Trauer Emmas Wünschen zu folgen und das Geschäft fortzusetzen, das sie geteilt hatten. Sie sah es als eine Möglichkeit, die Freundschaft und das Erbe ihrer Schwester zu ehren. Geleitet von der Erinnerung an Emma vertiefte sich Charlotte noch mehr in die Arbeit und fand Trost und Sinn darin, das Unternehmen am Leben zu erhalten, das sie gemeinsam aufgebaut hatten. Bei jeder Entscheidung, jedem neuen Projekt und jedem erreichten Erfolg spürte sie Emmas Präsenz an ihrer Seite, die sie motivierte, weiterzumachen. Die Aktivitäten des Unternehmens waren nicht nur ein Mittel zur Lebensunterhaltung, sondern auch eine Möglichkeit, die Verbindung zu ihrer Freundin aufrecht zu erhalten und die Erinnerungen lebendig zu halten. Das Schicksal wirkte einmal mehr auf einzigartige Weise, um diese Seelen zu vereinen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Momente zu teilen, die für immer in Erinnerung bleiben würden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen. Wenn Sie das Video gefallen haben, dann ist es, um die Frage zu verwerfen, wenn Sie das Video gefallen haben. Wenn Sie das Video gefallen haben, dann nicht verändern, dann müssen Sie das Video gefallen haben. Untertitelung des ZDF, 2020